und damit herzliches willkommen zu einem weiteren minecraft video heute spielen wir ganz klassischer weise eine runde survival games natürlich natürlich auf dem rwsg server den name von der karte weiß ich natürlich nicht weil ich behindert bin so und dann würde ich mal sagen zeige ich als erstes meine einstelungen weil es jemand vom letzten video sehen wollte also von den kommentaren halt und ja hier sind sie erstmal vorab will ich euch eine kleine information mitteilen und zwar dass am sonntag um punkt 18 uhr ein wichtiges video rauskommen wird und ja es ist einfach nur bezüglich von meinem neuen ipad weil ich will wissen weil was sie so sehen wollten also punkt 18 uhr nicht vergessen auf jeden fall vorbeischauen und er hat voll der skin keine russi aber skin ist schon mal am anfang hier sage ich noch nichts was ja bezüglich der umfrage aber naja das ist ja egal oder eine geile unterhose und ganz gehen oder leckt den hole ich mir danke so jetzt habe ich wieder fast full iron ja was heißt es wieder aber egal den nächsten gönne ich mir natürlich auch noch dieser aber keine ahnung was sich dabei einfällt aber egal tschö ist da noch einer keine ahnung keine ahnung und ja ich möchte hier in diesem video noch einmal danke sagen für die extrem positive bewertung von den letzten drei videos das ist einfach nur krass fast 20 likes also dreimal hintereinander auf meinem kanal gibt es glaube ich nur drei videos die 20 likes geknackt haben mit diesen dazu gerechnet alter danke danke einfach einfach nur danke und ich habe die beste beste rüstung im spiel so tut mir leicht ich kann nicht mehr so gut reden weil ja ich eine woche pause gemacht habe aber das ist ja mittlerweile von mir standard aber ja in ein paar wochen wird es nicht mehr standard sein sondern drei videos die woche werde ich versuchen rauszubringen ich glaube ich werde damit relativ früh sein zack es geht leider alles jedoch da ist das athleten geht nicht so scheiße weil man kann ja so abhauen von den gegnern einfach über den zaun springen fertig und dort ist eine dreier party die gönne ich mir natürlich eine dreier lege ich paar was wieso lege sie so komm hör auf so zu legen habe einen natürlich hole ich mir das steinschwert weil ich es kann alter der macht mir nur ein damage die kann mir nix die kann mir so gar nix mit seiner diagst alles klar und die diagst habe ich auch noch alter die können mir gar nichts machen selbst mit einer diagst schrägstich eisenschwert die können mir nur ein damage also ein herzen abziehen also die können mir gar nichts machen und kann ich denn mal bitte schlagen danke das war meine mentale power wie viele spieler sind eigentlich noch am leben sieben stück das ist in ordnung und meine rüste hat sich natürlich weggebackt danke danke lbsg für deine bugs die du uns ja täglich bringst so erstmal die sachen hier weg tun die iron es darf ja natürlich mitnehmen weil es darf ja niemand haben und dort oben ganz oben ist einer mann immer ist ja egal ich habe ja das athleten kit ich bin ja so sportlich kommt er irgendwann auch noch rund ta ne ich habe keinen bock ich habe sowas von keinen bock kommt hier jetzt irgendwo noch ein gegner vorbei weil ich habe jetzt keinen bock so lange ja nix zu machen weil ich kann ja nix schneiden wegen meinem alten ipad 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 eipschlett ok dann hole ich mir halt die easy habe ich doch nicht noch einen gegner gesehen oder täuscht ne sogar zwei oh der typ mit den fuldia fake alter wir haben uns ja voll weg gebootst nimmer nein bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht bitte nicht nicht dein ernst nicht dein ernst vielen dank fürs zuschauen tschö